1965er Mustang. Optisch keine Schönheit. Diverse Neuteile, Armaturenbrett, Oberteil, Teppich, Verkleidungen, auch ein Lenkrad. Das ist ganz witzig. Das Originallenkrad liegt im Kofferraum. B- und M-Shifter. Die Lichtumrandungen wurden verkromt. Schaut sehr gut aus. Wir haben hier eine Edeltrockspinne mit dem Edeltrock-Begaser und fährt Motorsport, Luftfilter und Aluminiumventildecke. Technisch recht guter Zustand, Bremskraftverstärker, innen belüftete Scheibenbremsen an der Vorderachse. Der Kotflügel vorne rechts ist montiert. Hier gab es mal einen kleinen Blechschaden, doch ersichtlich an der Türe, die noch nicht ausgebeutet wurde. Im vorderen Bereich. Oh ja! Ja.